hey leute herzlich willkommen zur gewinnspiel auslösung vom vierten advent und ja weihnachten ist vorbei ich hoffe ihr hattet ein paar schöne tage mit eurer familie und ich hoffe es war nicht zu viel essen auf dem tisch es kann an weihnachten schon ein problem sein ja es gab drei spiele zu gewinnen also ich habe drei videos gemacht habt ihr unterteilt in drei teile und das war einmal cobalt via dann win wardens fall und witching tower und win wardens voll gab sogar zweimal also können wir hier heute vier kies verlosen und ich würde sagen wir legen mal direkt los noch mal nicht allzu spannend papier schon mal die seiten aufgemacht haben uns mal den den ersten link das ist von cobalt ja hatten den mal in den kommen picker ein 12 kommentare detektiert dass die seite jetzt hier einmal ist hoschi dabei der wollte es nicht gewinnen wenn wir den ziehen müssen wir halt noch mal noch mal ziehen aber ist ja kein problem legen wir los cobalt via geht an jörg du hast cobalt ja gewonnen und ja herzlichen glückwunsch was schreibt der jörg denn auch ich hätte es gern gewonnen weil es einfach spaß macht sorry ich muss heute mal zurücktreten weil ich es schon habe das spiel okay er hat es schon also muss ich noch mal ziehen pick another winner und los geht's ja selber hören herzlichen glückwunsch ja ich würde gern cobalt via gewinnen ein schönes weihnachtsfest ja cyber hören du musst jetzt mit mir kontakt aufnehmen am besten über das kurz geht glaube ich am einfachsten ansonsten in der kanal info ist meine e mail adresse kannst du mir gerne eine e mail schreiben wie gesagt ansonsten melde ich gerne beim via pack discord link steht hier unten in der beschreibung ja dann nehmen wir das nächste spiel da müssen wir zwei gewinner ziehen das ist win wardens fall und wie viel haben wir jetzt mitgemacht zehn leute mal schauen ob den ein oder andere dann auch wieder halt dann nicht mitmachen möchte dann ziehen halt noch mal und los geht's der erste tief von win wardens fall geht an red ja herzlichen glückwunsch dankens 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 damit macht man nie was falsch habe es noch nicht also wäre ein gewinn doch mal nice vor weihnachten ja auch für dich gilt kannst du mir kontakt aufnehmen im discord wir haben ja schon öfters mal miteinander geschrieben von daher ist das ja kein problem dann wäre jetzt den nächsten ziehen win wardens fall key 2 geht an ei yuzumi voll cool dass du so viel verlost ich würde mich freuen das spiel zu gewinnen danke für die chance ja ei yuzumi du musst mit auch mit mir kontakt aufnehmen im discord e mail und so weiter ist gott steht hier unten kommen zu einfach mal besuchen dann schnappen uns den nächsten link das ist jetzt witching tower dann gab es nur einmal ein key auch cooles spiel ich habe damit gemacht elf leute und los geht's und wer gewinnt den key red ja jetzt hast du zwei keys abgestaubt das hätte ich auch schon gerne rätseln geht ja immer ja rätseln und hat auch so ein bisschen was von dungeon perfektes spiel also für dich ja dann hast du zwei keys gewonnen du bist der große gewinner von diesem gewinnspiel würde ich mal sagen ja das war es dann auch schon und falls wir uns nicht mehr sehen wünsche ich euch einen guten rutsch ins neue jahr und im neuen jahr wird gibt es bestimmt auch wieder das eine oder andere gewinnspiel bei 500 abonnenten werde ich mit sicherheit auch noch mal was raushauen ist ganz klar aber da bin ich noch weit von entfernt mal schauen wann ich die knacken werde aber jetzt muss erst mal die 400 angepeilt werden ok leute ich bedanke mich fürs mitmachen und wünsche euch noch einen schönen tag guten rutsch und wir sehen uns bis dann 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 bis dann